Hallo und herzlich willkommen hier aus meinem YouTube-Studio. Sie steht vor mir die nagelneue Insta360 One X, also die neue 360-Grad-Action-Cam aus dem Hause Insta360. Dieses kleine Kraftpaket hat eine Menge sehr, sehr interessanter Features an Bord. Vor allem, und das finde ich besonders spannend, ich kann diese Videos, die ich hiermit aufnehme, in 360 Grad später mit meinem iPad bzw. meinem iPhone und auch diversen Android-Geräten, sprechen wir gleich nochmal drüber, direkt auf eine sehr, sehr schöne und gute Art und Weise schneiden, sodass ich sofort teilbare Ergebnisse habe, die ja einen Look erzielen bzw. produzieren, den ich mit einer normalen Action-Cam so gar nicht hinbekomme. Deswegen, Konzept finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Ich bin also wirklich persönlich sehr neugierig, ob das Produkt auch das hält, was ich mir so vorstelle. Zum einen ist hier ein Feature mit dabei, das nennt sich Flow-State-Stabilization oder Flow-State-Stabilisierung. Im Grunde genau das, was GoPro auch bewirbt. Ich habe die neue Hero 7 hier auf meinem Kanal ja schon vorgestellt. Ich nehme die Kamera einfach frei in der Hand und laufe irgendwo rum und das Bild ist so ruhig, wie als wäre die Kamera auf einem Gimbal montiert. Und genau das bewirbt Insta für Sixty bei dieser Kamera hier auch. Ich habe erste Vergleichsaufnahmen hier bei YouTube gesehen und war mehr als begeistert. Also da könnt ihr schon mal drauf freuen. Es wird definitiv einen Vergleich der Stabilisierung zwischen der Hero 7 und zwischen dieser 360-Grad-Action-Cam geben. Bevor wir mit dem Unboxing der Komponenten und der diversen Spezifikationen starten, aber kleiner Disclaimer. Dieses Set wurde mir vom Hersteller für dieses Video kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ganz wichtig, ich habe keinerlei Auflagen erhalten. Ich bin in keiner Weise beeinflusst worden und meine Meinung ist hier komplett frei. Trotz allem möchte ich euch gerne darauf hinweisen, damit ihr einfach der Fairness halber wisst, dass ich hier zu Testzwecken etwas kostenlos bekommen habe. So, ich würde sagen, wir warten gar nicht lange und starten direkt mit der Kamera. Das Zuge packen wir zur Seite. So eine kleine Micro-SD-Karte war auch im Lieferumfang hier für mich dabei. Ich spreche auch gleich nochmal darüber, was das konkret für ein Modell sein sollte. Also von der Geschwindigkeit her habe ich mir extra für euch aufgeschrieben. Aber ich würde sagen, wir facken erstmal mit der Verpackung an. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich suche nochmal ein bisschen dichter dran. So, also Insta360 One X 360 Grad Action Cam mit 5,7K. Da wird man erstmal sagen, wow, mehr als 4K. Also das Video hier von meinen Hauptkameras nehme ich mit 4K auf. Diese Kamera kann mehr, 5,7K. An der Stelle schon mal Achtung. Diese 5,7K beziehen sich natürlich auf den 360-Grad-Radius und nicht auf den Bildausschnitt, so wie ihr den jetzt hier zum Beispiel von meiner Hauptkamera der Panasonic Lumix GH4 seht. Trotz allem ist das für eine 360-Grad-Kamera sehr, sehr viel. Ich habe mir schon Testaufnahmen angeschaut von anderen YouTubern und fand das Bild für eine solche Kamera extrem klar, extrem scharf. Und gerade in dem 360-Grad-Kamera-Markt spielt das im oberen Bereich definitiv mit. Dann sehen wir hier schon den Stichpunkt Flow-State-Stabilization. Da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber. Das ist also eine Stabilisierung des Videobildes, die offensichtlich hier extrem gut funktioniert. Ich kann mit dem Teil auch Fotos schießen, 360-Grad-Fotos schießen mit 18 Megapixeln. Genau, da oben sehen wir auch nochmal diese Information. Dann seitlich, was haben wir hier? Genau, hier sind also diverse Dinge schon mit dabei, zum Beispiel Kabel. Ich kann die Daten, also die Video-Files von dieser Kamera per Kabel auf mein Smartphone oder auch auf mein iPad übertragen. Optional kann ich das auch per Funk tun, also per Wi-Fi. Ich verbinde mich also auf das WLAN der Kamera, kann die Daten austauschen. Wir schauen uns an, was da der beste Weg ist. Ich vermute mal, per Kabel wird es wahrscheinlich schneller gehen. Ja, Batterie ist auch dabei, austauschbare Batterie sogar, kann ich wechseln, extern aufladen. Die soll, glaube ich, ungefähr so eine Stunde im Betrieb halten. Schauen wir uns dann später an. Und dann gibt es hier ein Bullet-Time-Accessoire. Das ist ein sehr, sehr interessantes Feature. Und zwar schleudert man die Kamera so um sich herum und man steht selbst in der Mitte. Und man hat dann einen sehr, sehr interessanten Look, wenn die Kamera um einen herum kreist. Und da ist da so ein kleines Seil dabei, wo ich die Kamera um mich herum schleudern kann. Optional gibt es aber auch diese beiden Zubehörteile. Dann brauche ich das nicht mit diesen dünnen Seilchen machen, sondern kann das direkt mit so einer Art Selfie-Stick und so einem kugelgelagerten Griff tun. Aber das schauen wir uns auch noch an. Ja, dann, was haben wir noch? Diverse Bilder, sonst nichts mehr. Genau, hier sehen wir auch, wie das Ganze aussieht. Also made for Android und iPhone, iPad. Es gibt eine sehr, sehr gute Unterstützung im Bereich Apple. Ich habe mir im Vorfeld schon mal angeschaut, wie es mit Android aussieht. Habe ich persönlich jetzt wenig Erfahrung. Ich habe kein Android-Device. Ich verlinke euch das aber mal unten in der Videobeschreibung. Es gibt eine Kompatibilitätsliste, die bei InstaPhysics hier auf der Webseite geführt wird für Android-Geräte. Hier geht es nicht um die Aufnahme, sondern hier geht es wirklich darum, kann ich dann später mit der App auf meinem Android-Phone oder Android-Tablet die Videos schneiden. Ja, darum geht es konkret bei dieser Frage. Also, falls ihr Android-User seid, schaut da gerne mal rein, ob euer Smartphone dabei ist. So, ansonsten sind wir einmal durch. Hier steht nur die Seriennummer drauf. Das war's. Also, dann ziehen wir einmal die Kartonage nach oben und schauen mal, was da rauskommt. Hier ist nichts mehr drin und da kommt sie auch schon zum Vorschein. Ich halte das mal hier in diese Detail-Cam in der Hoffnung, dass ihr scharf stellt und dass ihr das gut sehen könnt. Schaut euch das Teil mal an, wie schlank die Kamera ist. So, dann sind hier ein kleines Kistchen dabei. Also, das Unboxing bzw. das Packaging würde ich mal sagen, ist schon fast auf Apple-Niveau. Also, hat schon echt ein bisschen was vom Auspacken eines iPhones. So, dann haben wir hier eine kleine Neopren-Tasche mit dabei. Sehr schön. Da kann ich die Kamera dann direkt, wenn ich unterwegs bin, mitnehmen, sodass wir die Linsen nicht verkratzen. Sogar mit so einem kleinen Band kann es mir um den Hals hängen, wenn ich das möchte. Damit man noch plakativ sieht, dass ich eine neue 360-Grad-Kamera dabei habe. So, dann, was haben wir hier noch? Ah, schaut mal, Aufkleber. Das hat man bei Apple ja auch immer schön mit dabei. Könnt ihr euch dann irgendwo aufs Notebook, aufs iPad, auf die Hülle hinten drauf oder aufs Auto oder wo auch immer draufkleben, wer auf sowas steht. Oder auf Kühlschränke. Macht man ja teilweise auch ganz gerne. Da sind Aufkleber dabei. Ah, schaut mal, sogar noch in weiß. Also, einmal gelb, einmal weiß. Wer es ein bisschen dezenter haben möchte, hier einmal in weiß. So, dann haben wir eine Anleitung. Capturing Bullet. Da könnt ihr es ja selbst sehen. Capturing Bullet Time Shots und Insta360. Also, das mit diesem Rumschleudern wird hier einmal erklärt. Dann wird der Paketinhalt nochmal erklärt. Und hier ein relativ dickes Pamphlet. Mal schauen, ist da Deutsch mit dabei? Ja, da ist Deutsch mit dabei. Legen Sie vor Gebrauch der Kamera die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien ein. Naja, das scheint von der Übersetzung her auf jeden Fall auch schon mal zu passen. Also, ein bisschen Papier. Wer auf sowas steht. Ich persönlich gucke ja eher weniger in der Anleitung. Und wenn, dann in PDF-Form auf dem Rechner. Dann kann ich das ordentlich durchsuchen. So, dann packen wir das auch zur Seite. Hier haben wir jetzt nochmal im Paket. Das hört sich ein bisschen nach diesem kleinen Seilchen vermutlich an. Mal schauen, ob ich da richtig liege. Ja, zum Teil eventuell. Hier ist der Akku drin. Können wir gerade mal drauf schauen. Der Akku hat 1200 mAh. Das ist so schlecht ja schon mal nicht für ein solches Gerät. Ah, und das ist das besagte kleine Seil. Hier könnt ihr es sehen. Da ist unten so eine Mutter dran. Hier, die passt dann in den Gewindeanschluss hier unten von der Kamera rein. Da muss ich wahrscheinlich, genau, erstmal den Aufkleber abziehen. Da passt das dann rein. Dann kann ich sie so um mich herumschleudern. Das war einmal in diesem Kistchen mit drin. So, das packen wir mal rein. Den Akku behalten wir mal draußen. Dann hier, Connect to your phone. Da seht ihr es. Das ist dann mit Sicherheit einmal die Komponente Kabel. Ganz genau. Hier ist dabei ein USB-C auf Micro-USB-Kabel. Also kann ich dann direkt von einem USB-C-fähigen Smartphone an die Kamera anstecken. Weil hier ist Micro-USB verbaut. Dann habe ich hier einmal mit dabei, iPad nicht einschlafen, Micro-USB auf Micro-USB. Und hier habe ich einmal, das wäre für mich das richtige Kabel, Lightning auf Micro-USB. Hier schön angewinkelt, wie ihr seht. Damit werde ich dann im Laufe meiner kleinen Videoserie die Dateien mit Sicherheit einmal auf mein iPad bzw. auf mein Smartphone übertragen. Also, da ist für jeden Handy-Typ schon mal ein passendes Kabel mit dabei. Und dann hier, Connect to your computer. Sieht man hier auch nochmal. Also auch sehr, sehr schön beschriftet. Also, das Packaging kann schon mal was, würde ich ganz klar sagen. Haben wir hier ein Standard-USB auf Micro-USB-Kabel mit dabei, damit ich die Kamera auch an einem ganz normalen PC bzw. Mac anschließen kann. Also, da ist schon mal extrem viel mit dabei. Das packen wir mal zur Seite. Ja, ich würde vorschlagen, dann sprechen wir mal über die Kamera selbst bzw. schauen uns die mal ein bisschen genauer an. Vielleicht erst mal die Hardware. Wir haben hier unten den Stativanschluss, wo ich natürlich einmal den Selfie-Stick reinschrauben kann. Oder wenn ich die Kamera irgendwo montieren möchte, dann passiert das hier. Hier unten, das sieht mir nach dem SD bzw. Micro-SD-Kartenslot aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Wahrscheinlich nicht. So, na komm. Jetzt, genau. Hier unten, da sieht man es einmal. Hier ist der SD-Kartenslot vermute ich mal. Hier das Micro-USB-Kabel, um die Kamera aufzuladen bzw. die Daten zu übertragen. Hier oben haben wir wahrscheinlich das Mikrofon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier könnt ihr es sehen. Ansonsten, genau, hier kommt dann mit Sicherheit der Akku rein. Ja, einmal aufmachen, Akku rein. Das können wir vielleicht mal kurz tun. Stecken wir einfach mal so rum rein. Also, das finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass hier ein auswechselbarer Akku mit dabei ist. Ich mag das überhaupt gar nicht, wenn bei einem solchen Equipment was fest verbaut ist. Weil wenn man dann unterwegs ist und braucht eine solche Kamera, ist der Akku sowieso immer leer. Und hier kann ich mir zur Not was nachbestellen und kann dann einfach den neuen Akku reinpacken. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Wir schauen jetzt gerade mal, ich schalte es hier mal spaßeshalber an. Ich denke mal hier unten, genau, über die Auflösung. Also, wir können hier 5,7K-Videos im 360-Grad-Betrieb mit 30 Frames aufnehmen und können hier 4K-Videos mit 50 Frames aufnehmen. Und ansonsten kann ich, ich glaube 3K oder sowas ist das, habe ich mir gerade leider nicht aufgeschrieben, mit 100 Frames aufnehmen. Und das ist dann so eine richtig schöne Slow-Motion-Angelegenheit und für diesen Wirbelmodus schön nutzbar. Über die Flow-Stage-Stabilisierung haben wir noch nicht im Detail gesprochen. Und zwar ist da drin ein 6-Achsen-Gyroskop-Stabilisator verbaut. Und der hat eben diese Gimbal-ähnliche Stabilisierung. Es ist so, dass, ich habe mir wirklich Vergleiche angeschaut, wo eine GoPro Hero 7, die ja wirklich einen hervorragenden Stabi hat, montiert war. Direkt daneben diese Kamera. Natürlich wurde dann hier nicht das 360-Grad-Video verglichen mit dem normalen GoPro-Video, sondern hier wurde exakt der gleiche Ausschnitt ausgewählt und der dann von der Stabilisierung verglichen mit der Hero 7. Und das Ergebnis fand ich einfach atemberaubend, weil wirklich, wirklich super. Ja, sprechen wir vielleicht mal kurz darüber, wie diese 360-Grad-Videos überhaupt funktionieren. Ihr habt es eben schon gesehen, beziehungsweise seht es auch hier im Detail. Ich habe einmal auf der linken Seite eine Kamera mit einer richtig massiven, gewölbten Linse verbaut. Und auf der rechten Seite nochmal ganz genauso. Es ist so, hier seht ihr es, die Kamera nimmt einmal das Bild zu der Seite auf und einmal zu der Seite. Und zwar hat jede Kamera ein Fischaugen-Objektiv, das 200-Grad-Blickwinkel hat. Das heißt, ich nehme im Grunde den kompletten linken Bereich auf und den rechten Bereich. Und da ich hier im Prinzip 400 Grad abdecke, ich aber nur 360 Grad brauche, habe ich an den Seiten eine kleine Überlappung. Und die Software rechnet mir das so zusammen, dass ich mir hinterher, ich kann, wenn ich das möchte, mit der Maus einmal kompletten Blickwinkel um die Kamera herum frei auswählen. Und ich sehe nicht, dass die Software das zusammengesetzt hat. Das nennt man Stitching. Das macht einen Hersteller besser als der andere. Und die Ergebnisse, die ich von Insta für 60 gesehen habe, sind hier wirklich sehr, sehr gut. Das geht sogar so weit, dass wenn ich hier so einen Selfiestick unten dran schraube und ich halte die Kamera irgendwie hoch und laufe damit rum, dann rechnet mir die Kamera den Selfiestick raus. Das heißt, den sehe ich im Bild hinterher nicht mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, weil das so aussieht, als würde eine Drohne über mir fliegen, weil ich nicht sehe, dass da ein Stab ist, wo eine Kamera dran montiert wurde, sondern es sieht wirklich aus wie ein Drohnen-Shot, aber er wurde durchgeführt von dieser Kamera. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert. Die beiden Linsen haben eine Blende von 2.0. Das sollte auch für Lowlight gar nicht mal so schlecht sein. Und der Sensor, habe ich mir aufgeschrieben, kommt von Sony. Das heißt hier also auch kein Unbekannter, der hier die Teile zugeliefert hat. Ja, neben der eigentlichen Kamera ist natürlich das Thema App und Weiterverarbeitung dieser Videos oder auch Bilder sehr, sehr wichtig. Deswegen, die App ist eben verfügbar für iPad und so ziemlich alle iPhone-Modelle. Also das fängt an von dem ganz neuen iPhone XS bzw. XS Max und geht runter bis zum iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus und iPhone SE. Wird also auch softwareseitig unterstützt und dann das iPad Pro und das iPad 2018, das ich eben hier habe. Das heißt, ich kann im Grunde einmal mit meinem Smartphone diese Videos schneiden oder aber eben mit meinem iPad, sollte da sehr flexibel sein. Beim Android, ich verlinke euch unten mal die Kompatibilitätsliste der Devices, wo die App drauf läuft, um das da zu schneiden. Wichtig ist bzw. interessant finde ich, ihr habt zwei verschiedene Möglichkeiten des Videoschnitts. Ihr könnt einmal wirklich in 360 Grad aufnehmen und 360 Grad exportieren, sodass ihr hinterher, entweder wenn ihr so ein kleines VR-Headset habt, wo ihr euch dann frei den Kopf bewegen könnt und könnt euch 360 Grad im Raum drehen. Oder, das finde ich sehr, sehr spannend, YouTube unterstützt dieses Format. Das heißt, ihr haltet die Kamera einfach hin, nehmt ein bisschen was auf in 360 Grad, ladet dieses File zu YouTube hoch und sobald das von YouTube verarbeitet wurde, kann man dann einfach mit dem Mauszeiger oder auf dem iPhone zum Beispiel mit dem Finger frei die Perspektive wählen. Finde ich sehr, sehr spannend, also da werde ich auf jeden Fall mal ein Testvideo hochladen oder, und da denke ich, wird der Anwendungsfall sogar noch häufiger genutzt werden, bin ich in der Lage, mit meinem Smartphone eine gewünschte Perspektive auszuwählen, um zu sagen, okay, konvertiere mir aus dem 360 Grad Video einen Standard 16 zu 9 Ausschnitt, so wie ihr das Bild jetzt hier gerade zum Beispiel seht. Und da ich ja so viel Content aufgenommen habe, kann ich frei in meinem Video einfach den Blickwinkel bestimmen beim Schnitt und ihr seht hinterher eine schöne Kamerabewegung und fragt euch vielleicht, wie ist das aufgenommen worden, waren da mehrere Kameras im Spiel? Ne, das ist dann alles mit einer 360 Grad Kamera aufgenommen worden, also das schon mal sehr, sehr spannend. Aber wir machen mal weiter mit dem zweiten Zubehörteil, sonst wird das hier schon wieder viel zu lange und zwar ist hier ein Selfie-Stick mit dabei. Ihr seht, den kann ich auch recht lang ausziehen, der ist auch von Insta360 und der ist speziell so konzipiert, dass die Software den rausrechnet. Das heißt, ihr könnt die Kamera hier oben einfach drauf schrauben, hier seht ihr es und könnt dann entsprechend so euch bewegen. Also hier seht ihr es einfach nach vorne strecken und das Schöne ist, weil ihr ja wirklich 360 Grad aufnehmt, müsst ihr euch gar nicht mehr überlegen, in welche Richtung halte ich die Kamera? Halte ich die jetzt richtig auf mich? Bin ich richtig im Frame? Ihr müsst also nicht mehr immer gucken, dass die Kamera direkt auf euch gerichtet ist. Egal, wo ihr die hinhaltet, ihr habt hinterher die Möglichkeit, wieder den Blickwinkel korrekt einzustellen. Und das finde ich halt beim Filmen so spannend, weil ihr euch vorher keine Gedanken machen müsst, wie mache ich das Framing und wo packe ich die Kamera hin? Ihr könnt es im Nachhinein im Schnitt einfach so anpassen, wie ihr das gerne hättet. Und dann in dem letzten Paket, was mir noch zugeschickt wurde, ist dieses besagte Bullet Time Handle mit drin. Genau, das ist sogar richtig stabil. So sieht das aus. Also wie so ein kleines Stativ. Das ist auch so ein kleines Stativ. So kann man es einfach hinstellen. Hier oben ist dann... Ah, da ist der... Ah, okay. Das ist sogar ein richtiges Stativ, das ich aber parallel auch nochmal anders verwenden kann. Das heißt, ich kann jetzt diesen Selfie-Stick hier seitlich dran schrauben. So seht ihr es. Und hier ist dieses kleine Kugellager drin. Hier. Und ich kann jetzt einfach hingehen und kann hier die Kamera so um mich herum drehen. Seht ihr es? So um mich herum drehen. Natürlich mit ausgezogenem Stab. Und dann habe ich diese Bullet Time Aufnahme. Dann brauche ich nicht dieses kleine Seilchen verwenden, was hier mit dabei ist. Das ist ein Zubehörteil. Das kann man aber auch erwerben. Und ich sehe gerade, dass ich optional die Kamera auch ganz normal hier oben drauf schrauben kann. Und dann kann ich das wahrscheinlich sogar auch feststellen, denke ich mal. Da ist irgend so ein Lock mit drauf. Genau, hier in die Richtung. Ah, jetzt ist es festgestellt. Ja, super. Und jetzt kann ich hingehen und kann das einfach als kleines Stativ nehmen. So kann ich meine Kamera irgendwo hinstellen. Kann das noch von der gewünschten Länge her ausziehen. Und kann dann ja auf einem Stativ meine 360 Grad Aufnahmen machen. Finde ich sicherlich auch eine sehr schöne Idee. Einfach irgendwie auf einem Geburtstag oder so die Kamera in die Mitte gestellt. Und einfach mal mitlaufen lassen. Und so, dass ich dann wirklich im Nachgang 360 Grad im Raum rumschwenken kann. Finde ich vom Ansatz wirklich sehr, sehr spannend. Ja, natürlich brauche ich ja noch eine passende SD-Karte. Hier in meinem Set war freundlicherweise schon eine dabei. Ich lese gerade ab. Bis 128 GB SD-Karte wird unterstützt. Und es sollte eine Karte sein, die eine, hier sieht man es auch, ich glaube UHS-3 oder sowas nennt man das. Also da muss diese 3 draufstehen. Sprich, das sollte eine schnelle Karte sein. Weil ich hiermit, also ich verlinke euch mal das passende Produkt auch unter dem Video. Weil natürlich die Kamera schon eine Menge Datenmenge produziert. Und die muss schnell weggeschrieben werden. Da kann ich mit so einer ganz alten, uralten, langsamen Karte hier sicherlich nicht mehr viel mit machen. Das muss schon was bisschen Schnelleres sein. Genau, da unten, das war auch der SD-Mini- oder Mikro-SD-Steckkartenplatz. Na komm, da ist die Karte jetzt drin verschwunden. Und ich denke mal, dass ich jetzt hier dann auch direkt schon mit der Aufnahme starten kann. Aber das Thema Einrichtungen und vor allem auch App und die Möglichkeiten, die schauen wir uns in einem anderen Video nochmal gemeinsam an. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Auch wenn dieses Video mal wieder etwas länger geworden ist. Ich würde mich über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Natürlich auch ein Abo auf meinem Kanal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bedanke mich auch beim Hersteller nochmal für die kostenfreie Zurverfügungstellung. Für diese kleine Testserie. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.